Adrien, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Und die Szene in der Öffentlichkeit tut mir leid. Mein Zorn ist wieder aus mir herausgebrochen. Aber Ladybug hat mir klargemacht, dass ich trotz meiner Fehler uns beide nicht aufgeben darf. Vater, ich denke, ich will lieber kein Alliance-Ring tragen. Ist das in Ordnung? Natürlich ist es das, mein Sohn. Und bitte nenn mich Papa. Unsere erste Mission war ein großer Erfolg, Kameraden. Aber stellt euch vor, es würde mehr von uns geben. Eine größere Auswahl an Soßen bedeutet, dass kein Rezept unmöglich ist. Daher stelle ich euch vor, Kamerad Bernays, Kamerad Burgundasauce, Kameraden Cocktailsoße, Grand Veneur, Aioli und Kameraden Gribiche. Du hast recht, Kamerad Ketchup. Freunde haben ist wirklich wie Superkräfte haben. Was macht sie denn bitte hier? Oh, mein Fehler. Ich hab beinahe vergessen, Kameradin Süß-Sauer vorzustellen. Hallo, Kameradin Bechamel. Du hast mich nicht immer als deine Freundin gesehen. Aber jetzt, da wir zusammen beim Widerstand sind, liegt der Krieg hinter uns, oder? Schließen wir Frieden. Jeder möchte Ladybug helfen, Marinette. Ich hab sie benutzt, um falsche Informationen an Ladybug und Cat Noir weiterzugeben. Sie werden nie die Verbindung zwischen Monarchskräften und Alliance erkennen. Sehr gut, Gabriel-San. Untertitelung des ZDF für funk, 2017